Hallo Leute und willkommen zu meinem Unboxing von den neuen iPhones 13 Pro und 13 Pro Max. Ich werde die iPhones in diesem Video auspacken, ich werde euch von meinem ersten Eindruck berichten und ich werde euch kurz und kompakt alles zusammenfassen, was ihr über die neuen iPhones wissen müsst. Die neuen Pro-Modelle gibt es wie gewohnt mit 128, 256 und 512 GB. Neu hinzugekommen ist jetzt aber noch eine 1 TB-Option. Nettes Detail, Schriftzug und Apple-Logo sind hier in der Farbe des gewählten iPhones, die Verpackung ist aber sonst eher schlicht gehalten, wie wir es hier gewohnt sind, wird aber etwas anders geöffnet, als es letztes Jahr der Fall war, nämlich einmal oben und einmal unten, indem ich das hier so abziehen muss. Wir haben also hier nicht mehr so ein Plastik, in das die Schachtel selber eingepackt ist. Bevor ich aber zu den iPhones komme, sehen wir uns noch den restlichen Verpackungsinhalt kurz genauer an. Das ist ja seit letztem Jahr schlanker geworden, denn ein Netzteil ist ja hier eben nicht mehr beigelegt, sondern nur noch dieses Lightning-USB-C-Kabel. Hier drin haben wir zum Beispiel noch die Nadel, um das SIM-Kartenfach zu öffnen und ein Apple-Sticker darf natürlich auch nicht fehlen. Das 13 Pro habe ich in der Farbe Grafit. Neben Silber und Gold gibt es aber jetzt neu rechts dieses Sierra Blau, das ich beim 13 Pro Max genommen habe. Sierra Blau hat das Pacific Blau vom letzten Jahr ersetzt und gefällt mir, so von meinem ersten Eindruck her, ausgesprochen gut. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich die letzten Jahre immer eher dunklere iPhones hatte und es mir einfach gefällt, hier wieder so eine hellere Farboption zu haben. Den super glänzenden Edelstahlrahmen haben wir natürlich nach wie vor und der beginnt hier auch schon Fingerabdrücke anzuziehen. Jedenfalls finde ich, dass wir ähnlich wie beim Pacific Blau hier so eine Farbe mit einer insgesamt edleren Optik haben. Aber das ist ja natürlich Geschmackssache, da muss jeder für sich entscheiden, welche Farbe einem am besten gefällt. Ansonsten gibt es, was das Design angeht, keine relevanten Veränderungen. Wir haben ja nach wie vor dieses kantige Design, was letztes Jahr bei den iPhones eingeführt wurde, mit diesem super glänzenden Edelstahlrahmen eben. Sie sehen ihren Vorgängermodellen eigentlich fast zum Verwechseln ähnlich. An einer Sache kann ich die neuen iPhones aber eindeutig erkennen. Der Unterschied findet sich an der Vorderseite und es ist die Notch oben. Die ist jetzt etwas schmaler geworden. Und das sehen wir uns jetzt mal genauer an, nachdem ich die iPhones hier mal eingerichtet habe. Ich denke, der Unterschied fällt auch ohne Vergleich sofort auf. Die Notch ist laut Apple 20% kleiner geworden und das vor allem in der Breite. Also das ist so, als ob ich die Notch links und rechts etwas abgeschnitten hätte. Hier seht ihr das jetzt mal im Vergleich zum 12 Pro Max auf der rechten Seite, aber das steht natürlich auch für alle anderen iPhones mit Face ID, die wir bisher hatten. Zustande gekommen ist die Veränderung eindeutig, indem der Ohrhörer, also der obere Lautsprecher, nach oben an die Kante versetzt wurde. Das kann man hier, denke ich, ganz gut erkennen. Einige haben sich da auch gefragt, hat sich die Notch auch in der Höhe verändert, also wie sehr sie in das Display nach unten hin reinragt. Ich habe das hier mal genau abgemessen, von der unteren Kante der Notch bis zur Kante des Displays und komme hier auf 5mm sowohl bei der neuen Notch als auch bei der alten. Also einen Unterschied kann ich hier nicht feststellen, auch nicht beim normalen Pro-Modell. Das erwähne ich deswegen, da ich hier und da schon gehört habe, dass die Notch beim 13 Pro nochmal eine Spur mehr ins Display reingehen soll, als es bisher gewohnt war. So kann ich jetzt mal keinen relevanten Unterschied feststellen, aber ich werde mir das noch genauer ansehen, auch wie das dann zum Beispiel bei Inhalten aussieht, die ich mir ansehe und werde euch dann in meinem Review davon ausführlich berichten. Beim Display wurde die Maximalhelligkeit, beziehungsweise diese Peakhelligkeit, die das Display für eine bestimmte Zeit erreichen kann, von 800 auf 1000 Nits erhöht und das kann man links beim neuen iPhone denke ich eindeutig erkennen und in diesem Fall habe ich jetzt die Autohelligkeit ausgeschaltet. In diesem Fall könnte man diesen Unterschied erzwingen, wenn man möchte. Jetzt habe ich aber mal diese Funktion Autohelligkeit aktiviert. Wir sehen, das iPhone links ist in dieser Situation immer noch etwas heller, aber mit eingeschalteter Autohelligkeit erreichen diese Displays erst dann ihre Maximalhelligkeit, wenn es wirklich gebraucht wird. Also wenn zum Beispiel Sonnenlicht hier drauf strahlt. Und sicher werden auch gewisse Situationen draußen und am Tageslicht dafür ausreichen. Wenn ich hier wieder weggehe, reduziert sich das Ganze wieder. Aber so oder so sehen wir, dass das Display vom neuen iPhone für eine bestimmte Zeit heller werden kann, als das Display des Vorgängermodells. Das viel größere Highlight beim Display ist aber jetzt, dass wir hier ein 120 Hz ProMotion Display haben. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich darüber freue, endlich 120 Hz im iPhone zu haben. Das liegt aber vor allem auch daran, dass ich es bisher schon sehr genossen habe, diese Funktion im iPad Pro zu haben. Und für das iPhone habe ich mir das dann natürlich auch gleich gewünscht. Wir mussten hier auf jeden Fall länger darauf warten, aber inzwischen ist auch schon klar, das hat seine Gründe und es soll sich ausgezahlt haben. Was ich damit genau meine, das werde ich dann in meinem Review noch ansprechen. Wenn ich auch sagen muss, dass der Unterschied auf so einem kleinen Display nicht so deutlich auffällt, wie auf dem großen Display eines iPads, ist das hier für mich definitiv ein Genuss, dass die Dinge jetzt so super schnell und super flüssig ablaufen. Und es ist ein Unterschied, den man ohne Zweifel auch sehr deutlich gegenüber dem Vorgängermodell merkt. Das ist doch so eine Sache, die lässt sich über so ein Video nicht so leicht zeigen. Diese Szene wurde mit 4K 120 FPS aufgenommen und mal deutlich verlangsamt, um euch zumindest mal ein Gefühl dafür zu geben, dass selbst in diesem verlangsamten Zustand die Dinge auf dem Display immer noch so flüssig ablaufen. In den neuen iPhones ist der neue A15 Bionic verbaut. Und wer mein letztes Video zum iPad Mini gesehen hat und sich die Taktfrequenz gemerkt hat, wird feststellen, dass die beim iPad Mini tatsächlich etwas runtergetaktet wird. Jedenfalls haben wir hier nach wie vor 6 GB RAM verbaut und hier seht ihr jetzt die CPU-Benchmark-Werte in Geekbench 5. Es sind auf jeden Fall nochmal etwas höhere Werte als beim aktuellen iPad Mini und gegenüber dem A14 Bionic, dem Vorgängerchip, scheint die CPU-Leistung hier auch etwas gestiegen zu sein. Wesentlich größer scheint der Unterschied bei der Grafikleistung zu sein, da erzielt der A15 doch deutlich höhere Werte als der A14. Nicht vergessen dürfen wir aber, dass die Pro-Modelle dieses Jahr einen GPU-Kern mehr besitzen als die iPhones 13 und 13 Mini. Wie genau da der Unterschied aussieht, werden wir uns dann in einem nächsten Video zu iPhone 13 und 13 Mini ansehen. Gute Neuigkeiten gibt es auch bezüglich Akkulaufzeit. Die wurde nämlich laut Apple beim 13 Pro um bis zu 1,5 Stunden verlängert und beim 13 Pro Max sogar um bis zu 2,5 Stunden. Viel heftiger finde ich aber, dass Apple für die Video-Wiedergabe bei den neuen Pro-Modellen rund die doppelte Laufzeit angibt im Gegensatz zu den Vorgänger-Pro-Modellen. Und dafür soll vor allem das 120Hz ProMotion Display mit seiner adaptiven Bildwiederholfrequenz zuständig sein. Aber wie ich ja schon gesagt habe, das werde ich alles genau testen und in meinem Review dann ausführlich darauf eingehen. Technisch gesehen gibt es auch durchaus relevante Veränderungen bei den Kameras. Also rein von der Hardware her hat sich da in durchaus einigen Hinsichten etwas verändert, mehr als es eigentlich früher auf einmal der Fall war. Dieses Mal wurde nämlich wirklich jede einzelne Kameralinse verbessert. Wir haben überall neue Blenden, die Pixel wurden vergrößert, das ist finde ich schon ein sehr wichtiger Punkt. Sensorverbesserungen gibt es, nur um das Ganze jetzt mal so kurz und oberflächlich auszudrücken. Rein von den Zahlen von den technischen Daten her müsste es da eigentlich durchaus merkbare Unterschiede gegenüber dem Vorgängermodell geben. Aber wie das wirklich in der Praxis aussieht, werde ich natürlich noch ausführlich testen. Es wird dann von mir einen ausführlichen Kameravergleich geben. Erwähnenswert wäre auf jeden Fall auch noch, dass die Pro-Modelle jetzt einen Makromodus haben. Also um es mal einfacher auszudrücken, die Kamera kann noch immer fokussieren, auch wenn ich schon extrem nah an einem Objekt dran bin. Apple spricht hier von einem Minimum von 2 cm Abstand. Während es ja letztes Jahr zwischen 12 Pro und 12 Pro Max auch Unterschiede bei der Kamera gab, gibt es dieses Jahr zwischen diesen beiden Modellen keinen Unterschied. Außerdem steht die Kamera vom 13 Pro jetzt genauso weit aus dem Gehäuse raus, wie die vom 13 Pro Max. Auch das war ja beim 12 Pro nicht der Fall. Neu ist hier auch eine Funktion, die sich fotografische Stile nennt. Da bekommt man dann noch eine Erklärung, aber ich zeige euch das einfach gleich mal. Das kann man über den Button hier oben aktivieren und dann zwischen kalt, warm, leuchtend, kontrastreich und standard wählen. Und indem das iPhone schon im Vorhinein weiß, wie ich das Foto haben möchte, kann es dann im nachträglichen Bearbeitungsprozess, der ja in der Sekunde stattfindet, wo ich das Foto mache, diesen Stil, den ich da haben möchte, berücksichtigen. Was dann für ein qualitativ besseres Foto sorgt, als wenn ich das im Nachhinein so bearbeiten würde. Ja und dann haben wir, ähnlich wie es den Portrait-Modus mit Tiefeneffekt für Fotos gibt, für Videos den Kino-Modus mit Tiefeneffekt. Also man könnte sagen, Portrait-Modus mit Tiefeneffekt nur für Videos. Ich bin schon sehr darauf gespannt, die Funktion zu testen. Das Ergebnis werdet ihr dann in meinem Review sehen. Eine erfreuliche Verbesserung beim Teleobjektiv ist, dass es jetzt einen dreifachen optischen Zoom besitzt. Gegenüber dem zweifachen optischen Zoom aus dem 12 Pro und dem 2,5-fachen aus dem 12 Pro Max. Mit der Möglichkeit mit den neuen Pro-Modellen Videos in ProRes aufzunehmen, haben wir im wahrsten Sinn des Wortes eine Pro-Funktion. Eine Funktion, die aber erst später diesen Herbst mit einem Software-Update dazukommen wird. Und ganz wichtig, das Ganze hat auch eine Einschränkung. ProRes-Videos mit 4K 30fps sind erst ab 256GB Speicher möglich. Hat man ein Pro-Modell mit 128GB sind maximal Full-HD 30fps möglich. Ansonsten gibt es bei den neuen Pro-Modellen auch 5G-Verbesserungen und die beiden hier sind jetzt dual eSIM-fähig. Es ist also jetzt möglich, hier zwei eSIMs gleichzeitig zu benutzen. Das Einzige, was mich bei den neuen iPhones enttäuscht hat, wo ich mich schon wirklich geärgert habe darüber, muss ich sagen, ist, dass Apple immer noch kein USB-C hier verbaut. Für mich ist das iPhone das einzige Gerät, das ich habe, sei es jetzt ein Apple-Gerät oder ein nicht-Apple-Gerät, das mich noch bei Lightning hält oder das eben nicht USB-C verbaut hat. USB-C habe ich einfach schon überall, nur noch nicht in meinem iPhone. Hier seht ihr jetzt das 150 Euro teure MagSafe Duo-Ladegerät von Apple. Das 13 Pro Max passt hier wunderbar drauf, aber schaut euch mal das 13 Pro auf diesem Ladegerät an. Das hat ja jetzt ein vergrößertes Kameramodul. Auf den ersten Blick glaubt ihr vielleicht jetzt, dass sich das exakt ausgeht, aber nein, das iPhone ist ein bisschen schief drauf. Drehe ich es wirklich ganz gerade auf diesem Ladegerät, kommt das Kameramodul leicht an der Kante an und das iPhone hebt sich ein bisschen in die Höhe. Manch einer wird vielleicht sagen, ich bin jetzt hier etwas kleinlich, das ist nur ein kleiner Schönheitsfehler. Aber sowas nehme ich ernst. Bei den Preisen, die Apple verlangt, sowohl für das Gerät als auch für das Zubehör, sollte sowas nicht sein. Und auch wenn wir hier nach wie vor diese hohen Preise haben, haben sich die wenigstens nicht erhöht. Das 13 Pro beginnt nach wie vor ab 1149 und das 13 Pro Max ab 1249 Euro. Das ist jetzt nur mal so der erste Eindruck, das mal so eine kompakte Zusammenfassung all der Veränderungen und Highlights dieser iPhones. Aber ich werde sie jetzt mal auf jeden Fall ausführlich testen und es wird bald von mir ein ausführliches Review geben. In meinem nächsten Video geht es dann um die iPhones 13 und 13 Mini. Wenn ihr mich also noch nicht abonniert habt, aber an weiteren Videos von mir dranbleiben wollt, dann klickt auf Abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.